Sinnlos, aber schön. Tiefstürze. Wenn du aus großer Höhe herunterfällst... ...stirbst du? Kampftechniken. Chionisio-Schrein. Achso, ist ein Kampfschrein. Okay. Schreien, Leute. Es war gestern Tagen. Welchen Angriffen mit einem Sprung zur Seite aus? Nutze so einstehende Gelegenheit für einen Gegenauf. Aha. Springen. Auf X. Okay. Angriffen am Sprung nach hinten aus. Schreien für einen Gegenangriff. Okay. Nach hinten. Endlich kommen die Kampfsachen. Schreien. Parieren im richtigen Zeitpunkt. Auch mit dem Schild. Aus dem Gleichgewicht zu bringen. Okay. Schild heben. Parieren. Äh. Habe ich noch ein normales Schild? Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Gedrückt halten, loslassen. Du hast alle Techniken gemeistert. Die wird hier mit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Nice. Okay. Endlich kann ich die Sachen. Das konnte ich aber auch schon vorher, oder? Ich habe nur gedacht, ich konnte es nicht. Nice. Noch irgendeinen Bogen, den man nicht braucht. Egal. Was genau bekomme ich in solche Schreiben? Sonanium Schwert. Ja, das muss ich wohl mitnehmen. Aus Sonanium Schwert. Aus Sonanium Schwert. Der Sonau. Bei den Synthese mit Sonar-Bauteilen. Oder was? Material. Mehr als üblich. Alles klar. Okay. so war wenn man schreibt sei gelobt dafür es bisher geschafft zu haben nun soll das reinigen gelichtig erfüllen welches an diesem ort ich glaube es ist immer dasselbe oder die große fehlen können die ausrüstung verstärken damit auch den gewaltigsten und angriff besser widerstehen kannst ok große fehlen ok